So, dann kommen wir zu unserem etwas kleinere Start, die heute sich messen wollen mit dem großen Start. Ich darf zunächst Philipp Furke nach vorne bitten. Und als nächsten Spieler darf ich zwei etwas jüngere Spieler vorstellen. Ein Ruster von Kiefer-Mennen. Kai spielt in der nächsten Saison in der Beziehungs-Urberliga. Kai hat im letzten Jahr einen unheimlichen Spann gemacht, hat sich Tischtennismäßig unheimlich entwickelt und ich freue mich auf spannende Spiele. Als nächstes war ich der Roman Winster, den 16, der in Marius Fabio nach vorne ist. Applaus Marius spielt bei Borussia Laksen in der Landesliga und hat dort an Position 1 mit seinen noch 16 und auf seiner Zeit noch 15 Jahren beachtendliche Erfolge erzielt und hat jedenfalls noch einen großen Karriere und Vorsicht. Applaus So, und zum Schluss dann wird von unserem Lokalmatterkorps Elmar Kruper nach vorne bitten. Applaus Elmar Kruper nach vorne ist vom Alter her, wo man etwas überreden kann, aber wenn ich mal nach rechts schaue und sehe, dass ganz ungeweig, wir fast gleiche Angelegenheit sind immer noch auf sehr hohen Rücken mit Niveau spielen, Elmar Kruper nach vorne ist ja noch sicherlich eine große Karriere vor dir. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.